Primal ist eine Serie über einen Höhlenmenschen und einen T-Rex, die durch ein tragisches Schicksal zusammengeführt wurden. Ob dieses Serienkonzept klappen kann und ob es sie mir gefallen hat, erzähle ich euch in diesem Video. Kleiner Disclaimer, ich spoiler hier die erste Folge. Den Rest könnt ihr aber spoilerfrei genießen. Sandy Tatarowski, der Schöpfer der ersten Clone Wars Serie, hat meiner Meinung nach eine fantastische Serie komplett ohne Dialoge geschaffen. Und ich möchte euch die drei zentralen Punkte dieses Erfolgs herausarbeiten. Klar, jede Geschichte steht und fällt mit den Charakteren. Doch wie macht man einen Höhlenmenschen und einen Monster wie ein Tyrannosaurus Rex sympathisch? Naja, durch das Erschaffen von Empathie. Das geschieht in der ersten Folge. Denn dem T-Rex und den Höhlenmenschen wird beiden das Wichtigste auf der Welt genommen. Die Familie. Das macht unsere Charaktere menschlich. Durch diesen Verlust sind unsere Charaktere, Zahn und Speer gezwungen zusammenzuarbeiten, was eine tolle Dynamik erzeugt. Außerdem lässt die Serie unsere Charakter durch und durch menschlich handeln. Denn sie handeln nicht aus reiner Heldenmut wie zum Beispiel Superman, sondern aus Angst, Wut und Trauer. Und auch mal den Drang zu überleben. Es gibt Folgen, in denen Zahn oder Speer schlimme Dinge tun. Aber nur um zu überleben. Das macht sie menschlich, denn sie haben Fehler und Ecken und Kanten. Diese werden auch nochmal visuell dargestellt. Denn zum Beispiel Zahn hat einen unproportional großen Zahn, der seine Unvollkommenheit nochmal bildlich darstellt. Das Fehlen der Dialoge fällt in der Atmosphäre nochmal ganz besonders ins Gewicht. Denn uns kann unsere Welt nicht erklärt werden. Sie bleibt immer mystisch. Wir wissen nicht, was hinter jeder Ecke lauern könnte. Wir sehen viele gefährliche Tiere. Aber es könnte immer noch ein gefährliches Tier geben. Ein weiterer Teil der Atmosphäre ist eine Szene aus der ersten Folge. Denn in den ersten Minuten wird unser Hauptcharakter von einem riesigen Krokodil angriffen, was ein Dinosuchus sein könnte. Das unterstreicht nochmal die Gefährlichkeit dieser Welt. Die Musik ist ein mindestens genauso wichtiger Teil wie die Animationen und die Zeichnungen. Und sie ist schlichtweg großartig. Mit vielen schweren Klängen, die den Charakter der Dinosaurier nochmal unterstreichen. Auch hat sie eine großartige Dynamik und ist in den Action-Szenen besonders gut. Auch die Tonarbeit ist großartig. Mit vielen Klängen aus der Natur, die uns mehr in diese Welt reinziehen. Die Action wird brutal und kompromisslos inszeniert. Sie wird auch mit wenigen Ständen inszeniert, was mir sehr gefällt. Die Kamerafahrt ist äußerst dynamisch und die Action-Szenen sind auch sehr kreativ. Die Set-Pieces sind auch oft fantastisch. Außerdem gibt es noch viele kleine Dinge, die die Serie zu einer tollen machen. Zum Beispiel die Dinosaurier-Designs. Meine Favoriten sind da das des Leopleurodons, einer Platten-Echse, die bis zu 6 Meter lang wurde. Und das des Kasmosauros, welcher ein Dinosaurier aus der Familie der Ceratopsier war und somit verwandt mit dem berühmten Triceratops war. Auch das Design des Tyrannosaurus ist großartig. Außerdem hat die Serie eine sehr gefühlvoll entziehende Story und auch einige hochphilosophische Ansätze. So wird zum Beispiel auch uns in einigen Folgen das Prinzip von Trauer näher gebracht und das Prinzip von Freundschaft. Auch werden uns einige Götter-Karikaturen präsentiert und die Menschheitsgeschichte wird in einigen Metaphern angedeutet. Jendi Tachoski hat mit Prime Evil einen großartigen Job gemacht. Die Serie ist eine meiner Lieblinge geworden durch ihre gefühlvolle Art, ihrer coolen Action, der Dinosaurier natürlich auch. Ich würde dieser Serie die Note sehr gut geben.